Heute Abend wird das Seil von der ersten Sektion der neuen Gondelbahn von zwei Leuten bis an die Destination Grindlowald Grund gebracht. Das Ganze dauert etwa 5 Stunden. Die Schwierigkeit ist hier, dass wir verschiedene Brücken zum Überqueren haben, die das ganze Gewicht nicht aufnehmen können. Die ganze Last zusammen hat 100 Tonnen. Es ist auf zwei Lastwagen verteilt, wo das Seil je zur Hälfte aufgelagert ist. Die Schwierigkeit ist, dass man immer mit dem ersten Lastwagen überbrückt fährt und das Seil so vorspannt und dann mit dem zweiten hinten nachkommt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.